Sehr gut. Sie greifen nicht an. Soll ich vorlesen? Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Hm, sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Eu du. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen, das Tänk, das ist erreichend. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Ja, hier mit oder wat? Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in acht anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettin Haye bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tieren. Hier kommt mal raus. Hier kommt mal raus. Hier ist wieder wat wie mein Sohnemann. Ein Schränkchen. Sieh mal hier. Noch eins. Da steht, er heißt Berielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal. Ist aber selten unter den Legenden. Mehr als nur Mythen. Ach ja. Jeder Schrein birgt die Geschichte eines legendären Dingsbums. Sechs von elf haben wir schon mal gefunden. Wir gehen erstmal hier rein. Ein Riesenkönig mit vielen, vielen Kindern. Anscheinend kam er aus einem Meer aus Blut und hinterließ, als er starb, ein Meer aus Tränen. Tod, aber nicht ermordet. Ausnahmsweise. Wieder diese Todesfalten. Todesfalten. Oh, ist ja nicht neu. Mhm. Bruder! Hä? Hä? Wie hätte ich denn da... Ach, ich muss schneller. Ich muss schneller. Ich glaube, ich muss schneller sein. Äh, ich glaube, ich muss schneller sein. Ja. Nochmal. Aber das Ding ist ja... Hm. Hm. Hm, geht ja gar nicht. Weil wenn das runter... Hä? Wenn ich jetzt die Axt wegnehme, dann geht das Ding nur hier runter. Oh, warte mal. Das ist vielleicht besser, der zweite zu nehmen. Mann! Da... Äh. Hä? Mann! Mann! Du! Ist das schön, ist das schön. Ist das schön, hier ist das schön. Armschienen der Weltenschlange. Oh, ich bin ja hier. Weg sofort anziehen. Genauso aus wie die anderen hoch. 15% mehr Frostschaden. 15% mehr Frostschaden. Ah, nehm ich. Nehm ich. Ach ja. Hier ist ja noch was für den Clean. Halt mir grad auf. Hey! Den Clean würde ich oben erwarten nehmen. Dankeschön, Dankeschön. Wann hier? Ach so, das ist ja nur das. Okay. Der nicht. So. Hm. Wo? Ach da. Aha. Irgendwas muss man hier wieder zum Explodieren bringen. Quatsch. Mann, hier ruf! Aha. Aha. Sag mal. Ach. Ich könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Hm. Oh ja, ich kann nicht. Aha. Äh. Ne. Äh. So. Es ist Zeit für deinen Einsatz. Ja. Warte. Ist ein Teil von der Sprache? Gut. Ah. Ah. Was ist das hier? Lassen uns reden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Wer was zufrieden lassen? Sch Hass. Och. Oh. Nein, nein, du musst schon aus dem Weg gehen, mein Kleiner. Kann ich ja eigentlich auch hier reinlocken. So, komm. Ja, es wird hier. Enough da mal hin, oh? Ja, mach da mal eine. Da ist doch noch was. Ach da. Wo ist denn hier noch weit? Ich sehe ja nichts. Ach da hinten. Muss ich da wieder durch? Wie so aus. Hier kann ich nichts mehr machen. Oh, da muss ich echt wieder durch. Oh, da muss ich. Oh, da muss ich. Ich bin so weit. Geh! 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 ja 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 leid ja ja Ach ne, das hatten wir ja schon. Und wir hätten auch mit den Dingen zerwerfen können. Äh. So, jetzt hier rein. Macht ja nichts. Absolut. Ach, ich wollte doch den Teel. Ach, ich wollte doch den Teel. Ach, ich wollte doch den Teel. Ich glaube, ich sterbe. Ich glaube, ich sterbe. Ich sag ja, ich sterbe. Warte mal, ich muss mir da mal an... Ich glaube, ich nehme das hintere Teil. Aber wenn ich da... Ich muss ja da irgendwie rankommen. Hm. Mann, du musst schon zielen. Oh, ey, warte mal. Warte mal. Jetzt sind die irgendwie so... Ja, irgendwie ist das falsch. Oh, ey, 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 ey. Hier ist das falsch. Oh, ey, 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 ey. Das ist ja voll kompliziert hier. Diesen Teil hasse ich echt. Ja, ich auch. Das Ding ist aber... Wartet, 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 wartet. Nee. Ich muss irgendwie die hintere da... Komm hier nicht durch. Mann. Warte nochmal. Sag mal... Das müsste ich doch hier treffen, Mann. Ach, leck mich doch im Arsch. Nee, ich stehe jetzt nicht mehr auf. Ich muss jetzt gleich los. Ich hab nämlich keine Zeit. Ich bin halt nervös. Mann, nur los. Hier, zack, 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 zack. Das war ja nicht mal so schwer, aber... Ich muss mir... Ich muss mir... Mann, ey, sag mal, ist doch nicht so schwer, das zu treffen. Ey, sag mal... Ich kann das nicht mehr. So. So. Jetzt den treffen. Hm. Jetzt sind die alle hintereinander. Ja. Wow. Das ist jetzt ein bisschen blöd. G'd selten. Also... Nö. Also mines gewohnnte. D Jim. Ich weiß nicht noch... ... Ich weiß nicht. Werner es muss numbers ist. Die. Mann! Ach, Mann! Oh, Mann. Ich hätte es doch beinahe geschafft. Jetzt. Alter, Falter. Ach, jetzt kommt das auch noch. Äh. Och, nö, ey. Quatsch. Oh, Mann, sello. Okay, okay, okay Aha, aha, aha Äh, ja, und nun? Komm ich da nicht mal so hin Boah, ist das anstrengend hier Ist ja schlimmer wie die andere Tür Kann ich hier nicht mit einer Axt hier irgendwas? Ah, ich glaube ich weiß es Okay, ho Okay, ho Oh, ey Yay Hyperionsgriff Chaos klingen Kratos bei Kontakt und Betäubung und so Okay So, jetzt muss ich mich hier nochmal konzentrieren Ich denke, es war Nein, hier. Nein, hier. Nein, hier. Nein, hier. Nein, hier. Nein, hier. Ich hoffe, ich muss nicht zurück. Jetzt können wir die Nebelheimruhe lesen. Und die Weltenruhe ist auch hier. Gehen wir hin? Ja, sofort. So. So. Loh. Mach doch nicht gleich so dolle. Ich drücke automatisch und drücke automatisch und auf Kreis hier. Ja. 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 Ja, mach doch hin. Ja. 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 Ich bin bereit! Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater! Sagen wir doch nicht mehr den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Ist ja auch normal. Äh, kippe ich den denn? Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Thier meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche. Aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Aha, aha. Achso doch, wir müssen hier... Na denn? Hopp! Will jemand rein, oder was ist los? Hier wollen wir doch ja nicht hin. Hä? Äh... Hä? Wie kommen wir jetzt hier nicht hin oder raus rein? Wir müssen doch nicht schon wieder nach hier! Äh... Wir müssen doch nach oben! Hier hin müssen wir! Kann ich das Tor wieder zumachen? Irgendwie beschränkt mich das jetzt hier ein bisschen. Ich will hier hoch! Ah, geht doch! Mein Gott! Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denkt dran! Thier hatte guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Juttenheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht keinen Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tiers wegen. Na dann... Mahlzeit. Aus den Beinen heben! Weiß er! Ich will nur Hetz! Ah! 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 Falls einmal Ruhe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da! Links! Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Gut, dass du mir jetzt sagst. Wir sind wieder zurück auf die Wand. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tiersprüfung. Weshalb wären wir Jüte? Er hat sein Äquilibrium gefunden. Was bedeutet das? Mein Gespräch ist weiser. Das ist nur zu hören. Ja, nur. Was ist denn jetzt? Ach so. Junge. Dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Arthamblas Euter. Das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Ja. 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 Ja, das ist es. Einen eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Die Zwischenwelt. Schreien wir also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt? Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jüthenheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Ui, das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Ja. Gut, wir sind mehr als mehr. Wir haben uns noch nicht gleich geflüchtet, wenn wir von den Abgrund stürzen. Alles zu seiner Zeit, Junge. Äh, wirklich? So, jetzt können wir nach Jüthenheim. Ähm, war daheim, kommt nochmal. Da. Äh, hä, da kommen wir noch gar nicht hin. Wo ist denn jetzt überhaupt hin? Hä, ich, ich. Da müssen wir jetzt nach... Nach Jüthenheim. Weltentum zu betreten, dieser Welt fehlt. Hä, verarschen? Was machst du denn da? Äh. Hä, was, 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 was? Das wäre jetzt wieder zu Hellheim, oder? Ach so. Guck mal, wie sehr schön diese Zusammenarbeiten. Das ist doch mal ein tolles Bild. Der eine schleift die Axt, der andere kloppt mit dem Hammer ein neues Schwert. Nein, mach dir das. Super.